Hallo und herzlich willkommen zu Schoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Das ist der Sascha Ehlert und ich bin der Marc Hagenbeck. Ja, super. Und wir reden heute über den 8. Oktober und am 8. Oktober haben wir auch ein prominentes Geburtstagskind. Und das prominente Geburtstagskind heute ist Matt Damon. Woo, Matt! Der war ja mal das sexiest man alive. Ehrlich jetzt? Ja, kann man gar nicht glauben. Ich glaube, es war auch tatsächlich so, als der sexiest man alive war, da haben sich George Clooney und Brad Pitt kaputt gelacht. Ja, das glaube ich auch. Also wirklich, offiziell auch, so wirklich öffentlich haben die sich kaputt gelacht. Da sind ja gute Freunde scheinbar und die haben sich da irgendwie drüber lustig gemacht. Am 8. Oktober ist aber auch etwas passiert. Ja, 8. Oktober 1862 wird Otto von Bismarck zum preußischen Außenminister berufen. Na, das ist doch mal ein Fakt. Hier hinter uns haben wir ihn mal. Ja, Otto von Bismarck wird preußischer Außenminister am 8. Oktober. Aber ein Fakt noch des Tages, pass auf. Feuer hat keinen Schatten. Also Feuer wirft keinen Schatten. Feuer an sich ist ja das Licht. Ja. Und selbst wenn ein anderes Licht, eine Lichtquelle wäre, wirft Feuer an sich keinen Schatten. Ach ja, ist ja logisch, weil das ja selber auch scheint. Ob es logisch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so. Nur mal ein Fakt des Tages. Interessant. Das war heute der 8. Oktober und wir sehen uns morgen wieder am 9. Oktober. Ich sag Cheerio mit Sophie. Er hier, Marc Hagenbeck, den werdet ihr bestimmt auf der Bühne irgendwie nochmal treffen. Als Mentalist, Gedankenleser und Psychotainer. Kommt in meine Show. Kommt in meine Show. Ja, ja. Machen Sie schon. Machen Sie schon. Tschüss. Cheerio mit Sophie. Musik 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 Musik